Jörg-Uwe Klütz ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Trainer. Karriere Der Abwehrspieler Klütz kam über die Stationen TV Großmimmelage, BV Quakenbrück und VfL Herzlake 1990 zum Zweitligisten Hannover 96. 1992 gewann er mit Hannover den DFB-Pokal. Im folgenden Jahr trat man im Europapokal der Pokalsieger in einem deutsch-deutschen Duell gegen den SV Werder Bremen an und unterlag. In der Liga rutschte der 1989 in die Zweitklassigkeit abgestiegene Verein immer weiter nach unten, ehe man 1996 in die Regionalliga abstieg. Daraufhin wechselte Klütz zum VfB Oldenburg, der gerade in die zweite Bundesliga aufgestiegen war. Es folgte allerdings der direkte Wiederabstieg. Klütz blieb noch zwei Jahre im Verein und spielte mit dem VfB in der Regionalliga. 1999 ging er zum BV Kloppenburg, bei dem er noch neun Jahre spielte. Zur Spielzeit 2008-09 beendete Klütz seine Spielerkarriere und ist seit Dezember 2008 Trainer des BVC. Er führte den Verein 2008 als Aufsteiger in die Regionalliga West. So wie im Jahre 2012 als Vizemeister der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord zurück.